Was geht Leute, mein Name ist Android Fox und wir spielen wieder The Mask Maker in VR natürlich. Das wird wahrscheinlich jetzt die letzte oder vielleicht auch die vorletzte Folge von diesem Spiel, denn wir sind jetzt kurz vorm Ende. Wir brauchen noch eine Reihe von Masken herzustellen. Wir sind ja auf einer Wüstenwelt und dann werden wir wahrscheinlich dem Ende entgegenblicken und Lebewohl sagen. Ich hoffe ihr seid auch noch dabei und nach dem Inneren geht's los. Bis gleich. So, wir sind zurück. Die Wüstenwelt. Die jetzt spürt man richtig auf der Haut. Gut, dass ich ein Ventilat im Zimmer habe. Hat bei den Temperaturen, die wir aktuell haben. Kaum auszuhalten, der Wille. Ja, wie dem auch sei. Das ist wahrscheinlich die letzte Folge. Vorletzte Folge, man weiß nicht, aber ich denke mal, also dann wird's nicht mehr gehen. Wir nehmen auf jeden Fall hier. Die Haare, die Haare, die Haare, die Haare. Okay. Ziemlich dunkel. Nee, hier ist nichts mehr. Okay, wir haben hier ein Riesenrätsel vor uns. Das hab ich schon beim letzten Mal gesagt. Dass wir uns natürlich stellen müssen. Schon ist aber gemütlich das Dorf an. Wir machen uns keinen Stress hier. Ach, wenn das vielleicht... Ja, das machen wir. Da hinten ist Wasser. Und wir haben auf jeden Fall hier gewisse Tore, die wir öffnen müssen, damit dieses Land ein bisschen mit Wasser befüllt wird. Was ich sagen wollte, mach uns keinen Stress, auch wenn das die letzte Folge sein wird, wahrscheinlich. Vorletzte Folge, man weiß es ja nicht. Kommt immer drauf an, ob ich mit diesem Level schnell klarkomme oder nicht. Da ist eine Schlange. Wenn wir uns gleich näher anschauen, muss kurz... So, der Komfort sitzt wieder. Alles perfekt. Schlange, Dude. Da oben gucken wir uns noch das an. Um die Aussicht richtig genießen zu können. Haa... Oh, du befehlst es mir. Du befehlst mir gar nichts. Okay. Das geht also hier so rum. Hm-hm. Wer ist auch nochmal ein Dude? Schon mal drei an der Zahl. Drei Plätze sind das. Okay. Immerhin wissen wir schon mal, wo die Dudes verteilt sind. Dann scannen wir den einen schon mal ein. Nummer eins. Nummer eins. Okay. Da ist doch eine Schlange da unten. Der andere Dude... ...ist hier. Den haben wir. Hier haben wir die Kristalle. Und der letzte war... Wo war denn der letzte? Da. Der Filterwächter. Okay. Mit Systemvorgehen wieder. Wie immer. Hier kommen wir nicht weit. Unterspringen geht auch nicht. Warum auch. Aber wir können ihn schon mal machen. Äh... Falsch. Ach. So. Wir können... ... ihn machen. Oh. Sieht ganz wild aus. Einmal... ... Lila. Hier. Das da. In Natur. Äh... Nochmal. In... ... Gelb. ... Unter die Ohren. Und danach... ... die Farben. Fuck. Let's do this. They're like a maze. These waterways. Can you see... ... your fellow worker... ... the filter guard below you? Yeah. Da unten. Okay. Okay. Wenn ich jetzt hier... ... das drehe. Okay. Aber erst mal... ... muss ich hier rüber... ... glaube ich. ... mir das da... ... genauer anschauen. Oh! Da haben wir doch was. Ist das... ... nicht wichtig? Hallo? König? Ich hätte jetzt gedacht... ... das ist wichtig. Genau, sieht er. Oh nein. Das andere war... ... schlecht... ... abgelaufen. Mhm. Leider können wir nicht hoch. Das ist auch eins, aber das ist... ... auch schlecht. Alt. Ausgestorben. Okay, nochmal haben wir... ... das runter, dass wir hier rüber können. Gucken wir uns alle Wege ganz genau an. Das gleiche Verfahren wie bei der Ziege. Mhm. Okay, ein Rundkurs. Ich weiß, wir können... Bis jetzt habe ich noch kein richtiges System. ... ausser, dass wir... ... ach so, wir gehen von hinten rum. Okay. Was ist eigentlich unser Ziel jetzt? Ach so, wir müssen ihn... ... genau, dass er dann quasi... ... das ist hier ein Labyrinth. Dass er quasi... ... es geht hier gar nicht ums Wasser. Da ist wieder etwas. Wir müssen hier die Wege für ihn öffnen. ... denn ich denke mal... ... Wasser gibt es eh keins. Ist alles ausgetrocknet. Sehen wir aber gleich ganz genau. Und dann kommt er hier durch. Dann müssen wir... ... eigentlich... ... das ist ein System. Every part has a clear function. Below and above. On the left and on the right. And you cannot do it alone. Stimmt. Stimmt, stimmt. Der hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Wir müssen gar nicht... ... äh... ... im Endeffekt... ... alles sofort richtig einstellen. Wir können ja immer hin und her switchen. Also von daher... ... ein bisschen vielleicht. Geht das hoch? No. Hm. Aber von wo sollten das Wasser kommen? Kommt es dann doch nicht von außen? Auf jeden Fall müssen wir... ... da lang. Kannst du nicht da... Oh doch, kannst du. Das Wasser muss von da kommen. Ah, hier haben wir nochmal... Ah, außenrum. Ganz außenrum. Okay. Okay, 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 okay. Okay, können wir ihn zum Beispiel jetzt herstellen? Wir haben ja... Oh, jedes Mal das Gleiche. Wir machen jetzt... ... seine Maske. ... also wir nehmen einmal... ... das Neue... ... doch mal lila und blau... ... so... ... zweimal... ... und dann nur noch Farbe. Okay. Zack, zack, zack. Zack, zack. Die Nase nicht. Jetzt sind wir unten. Mhm. Macht Sinn. Was ist das? Jetzt, was ist das? Pipes? In meinem alten Master's Shop... ... das Plumbing war schrecklich... ... und es war immer ich, der musste es fixen. Oh, ein Stich. Selbst nach so lange in diesem Welt... ... bringt es Teile zu meinen Augen. Oh. Wie lange hat es denn? Lange her, scheinbar. Okay, also wir haben hier einen Tipp bekommen. Wir können das ja alles gemeinsam... ... mit dem Hin- und Herswitchen. Ähm. ... justieren. Und mal gucken... ... wo er ist. Da unten. Aber ihr könnt von oben auf jeden Fall schon mal planen... ... wo wir eigentlich hinwollen. Jetzt macht das ja alles keinen Sinn. Da ist eine Sackgasse. Hier rein bringt uns auch nichts. Wir wollen ihn... ... hier haben. ... das heißt... ... guter Mann... ... sie laufen jetzt zurück. Also ich meine eigentlich nicht damit. ... und den ganzen Weg noch mal zurück. Ja. Die größten Verhältnisse, die hier geschaffen werden, sind perfekt. Super gut. Wie gesagt. Wie gesagt, Größenverhältnisse. Wie gesagt, Größenverhältnisse. Okay, jetzt Puzzletheim scheinbar. Okay, jetzt Puzzletheim scheinbar. ... aufbauen. Bestimmte gewisse Reihenfolge. Oder auch... ... nicht. Ah, doch, siehst du? Ja. Man sieht es ja an der Größe. Das ist von... Das ist immer... ... hier können wir... ... und das... ... mhm. Mhm. Na also. Ein Fang von einem hoodeden Riversnack. Nicht den Punkt. Okay. Das ging schnell. Wir sind auch clever. Also ich... ... weiß nicht, was ihr wenig meine mit wir. Mal kurz wissen, dass ich schwebe. ... aha. Okay, zwei müssen da hin. Dann... ... kann ich, glaube ich, jetzt... ... den nächsten machen. Mal kurz... ... die Skills der Snick-Tamers... ... waren in Demand... ... all across the realm. ... so. Wir haben... ... wie wir sehen... ... fast alle... ... Ingredienzien. Ja, nur noch eins fehlt. Auch in B2. Jetzt kommt nämlich der Schlangenflüsterer... ... unter die Ohren. ... blau. Ups. Nein. Ach, was. Einzeln. Sonst wird's... ... zu tricky. Ich glaube, die Maske gefällt mir... ... bis jetzt am meisten. ... und es erwartet, dass du... ... zusammen spielen möchtest. Du musst wissen, was deine Maske... ... braucht ihr, um dich zu sein. Die vorletzte Maske. Okay, wahrscheinlich müssen wir später dann... ... diesen Weg hier... ... und irgendwo mit dem Boot dahin schippern. Aber auf jeden Fall braucht's Wasser. Und da müssen wir hin. Und da ist wahrscheinlich auch diese Blume, die sie besuchen. Also... ... die letzte Ingredienz, ja. Oh, da. Aber was passiert? Sterbe ich dann? Ne. Die Schlange hat mehr Angst vor mir... ... als ich vor ihr. Uh. Eine Flöte. Oh, was ist das? Aber... ... wie du siehst... ... sie brauchten nicht für Verständnis. Wenn du Schleife möchtest... ... wir nehmen mal so eine... ... so eine, so eine... ... diese Flöte damit, ich bin mir sicher. Die ist wichtig. Wir brauchen wahrscheinlich gleich... ... um die Schlange... ... da wegzubekommen. Okay. Ich will es nur einmal anfassen. Okay. Du, 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 du... Du hast einen tollen Snake-Tamer... ... für eine wütige Melodie, Apprentiss. Ich bin auch charmed. Easy. Also. Wir müssen jetzt einmal so... ... und dann die Maske wegnehmen. Wir müssen jetzt zu ihm wechseln. Ups. Na. Und das Tor öffnen. Na, also. Zurück kommen wir ja nicht mehr. Deswegen. Das Wasser ist auf deiner Behandlung. Wo sollst du es senden? Ja, dürfen wir... Na doch, Fehler können wir uns wahrscheinlich schon erlauben. Weil da war jetzt echt so viel Wasser drin. Hören wir mal ganz kurz... ... zu ihm zurück. Da vielleicht noch irgendwas ist, aber ich schätze nicht. Okay. Wir wollen das Wasser jetzt... Jetzt müssen wir wahrscheinlich planen. Obwohl ich nicht glaube, dass... ... wir einen Nachteil haben, wenn wir jetzt irgendwas falsch machen. Dass dann... ... ein Failsafe eingebaut ist. Aber auf jeden Fall muss... ... das zurück... ... können wir da rüber springen? Yes. Sparen wir uns. ... das hin und her. Auf jeden Fall muss hier geöffnet werden. Und es dazu... ... hier kommt das Wasser durch. Da bringt uns das Wasser nichts. Also müssen wir... ... ... das Wasser... Achso, wir können ja eh nicht zurück. Okay. Was passiert, wenn wir ins Wasser reinlaufen? Aber da würde wahrscheinlich... ... nicht viel passieren. ... das Wasser... ... das Wasser... ... muss jetzt ernsthaft... ... den ganzen Weg da laufen. ... nee, ich glaube von hier... ... auch nicht. Na gut. ... aber hier... ... aber hier... ... ach... ... jetzt etwa eingesperrt hier. Oh, wird's am Ende doch noch tricky. Hä? ... macht überhaupt keinen Sinn. ... aber ich glaube, diesmal habe ich's. ... ja. Ja. ... ich... ... ich war... ... ich war irgendwie nur eingesperrt... ... in einer Loop eingefangen... ... äh... ... gefangen. Aber jetzt habe ich's... ... geschafft. So, so sieht das doch... ... prächtig aus. ... ein bisschen unrealistisch... ... die Menge an... ... oh, fuck. Die Menge an Wasser... ... war niemals da hinten drin. Niemals. Ne, never. Never. Ja gut, es kam vielleicht von woanders und... ... egal. Ist ja ein Spiel. ... immerhin können wir jetzt das Boot besteigen. Das Boot, das Boot, das Boot. Und rüber segeln. Vielleicht schaffen wir das doch noch in dieser Folge. ... schön. Wunderschön. So, als Abschluss... ... perfekt, glaube ich. Was ziehen wir jetzt noch durch? Das Finale. Ach, sieht's... Oh! Ja, das Letzte! The finest, rarest komponent in this land... ... but with an unfortunate name. The Queen of the Marsz. Well, these were Wetlands once, remember? Imagine inside these tents... ... snake tamers, dancing snakes... ... and workers celebrating all together... ... the spirits of the Delta... ... at winter's solstice. Ja, und jetzt sind sie fort... Oh! Bills. However many my old master managed to pay. There would always be more. Then the demands. Then the men would come... ... and frighten the master... ... and laugh at the masters. Once I ran away and followed them. But they laughed at me too. Zumindest hat er seinen Meister gemocht. Am Anfang. Okay, wir haben die letzte Inkredenz hier. Also wird es Zeit. Die letzte Maske zu machen. Und vielleicht mit deiner Hilfe... ... und so auch, Ketherkin. Die letzte Maske. Ups. Perlen. Auf jeden Fall hier. Diese eine besondere... ... Blume. Die letzte seiner Art. Korallen in gelb. Und zwei Perlen. Ebenfalls in gelb. An den Ohren. Es gab große Zivilisationen, die ohne die Rüe... ... aber alle Kulturen finden Möglichkeiten, um ihre Mitglieder zu masken. Und dann? Das Innere. Ah. Oh, sie. Ich habe mich verschaut. Da kommt ein Y-Stück hin. Und das kommt dahin. So. Seid ihr bereit? Die letzte Maske. Wo ist die Mitte des Raums? Da ist die Mitte des Raums. Wir beenden. Somit. Gleich. Binnen Minuten. Folgend mit der Auflösung. Das Spiel. The Maskmaker. Du hast sehr gut gemacht, Apprentice. Du hast gewonnen. Du hast ein King's Gratitude. Aber ein King's Gratitude muss have limits. Wenn die Lande verändern, wenn es zu einer anderen'n touchen, ist, dann ist die King's Gratitude für eine neue Master. Vielleicht ist das Ihr Plan. Aber ich bin nicht fertig. Ich bin noch hier. Du bist ein Wound-Apprentice. Da ist kein Problem. Now, come back to the towers. Maybe those bitter old ghosts trapped in there can help you. One last time to fix the masters mask. Then you will be rewarded. Hurry to my castle. I am anxious to see your true face. Okay, we'll see. You have traveled through the six lands of the realm, crafted all masks and brought healing and balance. Now, join us for the grand ritual. Will this episode be a bit longer? I think for the final is that it's okay. Exo, for another episode, or for another week to wait for a few minutes. It actually doesn't work. The whole realm must be united in a ritual, in order to heal what the king, in his high castle, allowed to die. But as you know now, nothing can be done alone. Exactly. And that's why we have to stay here. And here. Openness, pride, self-knowledge, balance. Now we have a chance. You are here at last. You are here with us. You are ready, apprentice. This is the mask makers grand ritual. The last step of apprenticeship. You have proven yourself. For the true mask maker does not create masks to conceal themselves, nor simply to become what they wish they were. They must reveal themselves. And to reveal, we must perform a dance together. Oh no, the dance battle. Through us. You will lose yourself, to find what you can become. Oh god. Synchronize with us. To unify the fragments of the ancient mask. Let us move as one. Let us be one. What is broken, can be mended. Let us see, if you are a mask maker after all. Okay. Let us fucking do this. Let us fucking do this. Muss ich jetzt. Okay. Oder. Ich wechsle einfach mal. Meine voice group. Das wird nice. Oh, damn. Oh, geil. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Das wird nice. Und jetzt der blaue. Cool. Oh, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, jetzt muss ich da wirklich Dance Battle machen. Geil. To become the master of heaven. Geil. Gib's drauf. Der nächste. Oh Gott. Bin ich jetzt im Recall? Oh, bitte nicht nochmal. Ach, du Scheiße. Uihe. Oh Gott. Ihr seid mir viel zu nah. Ich mag es nicht, wenn so viele Leute um mich herum tanzen. Zu viel Aufmerksamkeit. Ich will nicht im Mittelpunkt stehen. Oh, wieder diese Angeber. Jetzt sind es auch noch drei Angeber. Wow. Wunderschön. Oh, ich muss das nochmal machen. Oh, fuck. Also, habe ich schon gesagt, dass ich nicht tanzen kann? Puh. Was ist jetzt los? Ich, nochmal. Okay. Ich sehe schon. Ja, ihr könnt super tanzen. Ah, viel zu nah. Okay. Also, wenn ihr glaubt, ich mache das jetzt alles mit. Na, 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 na. No way. Ohne mich. Nee, 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 nee. Die Boyle-Group-Vergangenheit lasse ich nicht nochmal hochgehen. Ich muss jetzt nicht gegen mich selber tanzen. Okay. Ich bin jetzt, ich bin jetzt der Junge. Okay, jetzt werden wir erfahren, was passiert ist, als er sich reingeschmissen hat. Wunderschöne Maske. Sieht eigentlich aus wie vorher. Na ja, na die Maske ist schön. At first, the old master thought the boy was gone, gone. But then he stirred and the master knew that he was merely reckless, insolent, definitely unteachable. Give it back! He had tried to teach him, he had, but in his life the old master had travelled far and wide, seeking his magical components, and yet had hardly left his workshop. He only knew what a mask maker must be. He did not know what a child needs. He did not try to learn. He had failed the boy, and the boy had failed him. And now they stood, unmasked through each other. The boy had proven he was not ready. And yet the master knew that he kept the wrong secrets. In that moment, each hated the other, as they had come to hate the face in the mirror. No, you're nothing! Nein! Master? You're nothing. No! Nothing! No! Nothing! It is over. Escape. Where no one can hurt you anymore. Some part of the boy flees out of the shop, out into the street, as he always had before. But some nameless part of him, eyes deeper still, in the realm he had discovered. No, dear. A wooden world, in need of a wooden king, where he could stay, petrified and invulnerable. Now you know the truth. And more important, you know the story. You are an apprentice no longer. At carnival time we can all choose who we want to be, and you can be the mask maker now, if you choose it. If you face the king. If you face my mistakes. And his. And yours. You can save him, save the realm, but you must face the reflection that lies in the castle. Puh. Okay, das ist also das, was dahinter gesteckt hat. The castle is closer than it seems for the mask maker. Okay, and where? Where is... Where is the castle? Do I have to go again here? You have done very well indeed, apprentice. You have earned a king's gratitude. But, uh, a king's gratitude must have limits. When the land changes, when it responds to another's touch, perhaps the kingdom is readying itself for a new master. Perhaps that was your plan. But I am not finished. I'm still here. You are a worthy one, apprentice. There is no doubt. Now, come back to the towers. Maybe those bitter old ghosts trapped in there can help you one last time to fix the master's mask. Then you will be rewarded. Hurry to my castle. I am anxious to see your true face. Das hat er doch schon mal gesagt, alles. Find your way to the castle. It is close. It is close? Close, close, close. Is it irgendeine Maske, die wir noch herstellen müssen? Müssen die es am Ende noch so kompliziert machen? Okay. Also, meine Befürchtung ist... Ähm... Okay, okay. Gleich, gleich, gleich. Ich möchte noch kurz was ausprobieren. Ist es das hier? Ja. Hier, diese eine Tür. Na also. Die wollten wir unbedingt hier noch aufmachen. Ein Befürchtungszertifikat mit keinem Namen. Begebt worden von meinem alten Master. Nun, King Prospero. Das ist ein guter Name. Okay, wir haben das letzte Teil. Von unserem... Ja, eins fehlt wahrscheinlich noch, aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Wir müssen auf jeden Fall jetzt einen Hinweis finden. Zur Burg. Wir müssen auf jeden Fall wieder... Ich weiß nicht, ob Sie sich in der Arbeit zurückkommen werden können, wenn Sie in der Kastung kommen können. Der Spiegel ist, wo Ihr Apprenticeship begann. Das selbe Riedel wird Sie irgendwo anders bekommen. Auf jeden Fall haben wir hier einen Spiegel. Das Rätsel. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall was drehen wieder. Okay. Wir sind also wieder am Anfang. Wo meine Leerzeit angefangen hat. Was? Being a mask-maker is not about making masks for yourself. Believe me, Apprentice. But by making masks for others, you can find their truths. And perhaps catch a glimpse of some of your own. The solution is hidden behind the riddle. As always. Hinter dem Rätsel. Ich hatte ja am Anfang war das ja dieses Zeichen. Vier-Eck-Kreis-Rauter. Vier-Eck-Kreis-Rauter. Das ist wahrscheinlich... Oh man. Oh man. Achso. Kreis. Find the riddle, to find your way to the castle. It is close. Oh man. Kreis. Go. Your time is now. We are with you. We always were. What is broken can be ended. Okay. Das ist neu. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen kürzen. Von der Folge. Das sehen wir dann. Wir hoffen ein bisschen schneller. Das finde ich. There you are. Have you come to claim my kingdom? Or you're a usurper? A rival? Or a hidden mirror? No. I do not want to see. I do not want to remember. I do not want that face anymore. But you are here. And you healed the realm for me, my apprentice. You didn't come here for my throne, did you? You think you know what I have done? What I have been? Just because you saw it through a pair of eye holes? Or have you been behind the mask with me all along? But I'm not ready to leave. It's not exactly cozy, is it? Like the evening. Is that what you think I feel? A king is never alone. You'll see. There's plenty of room for your dreams and ambitions. Something is sure. Since you're there, I feel warmer, more embodied. You may sometimes have regarded me as a little manipulative during your journey. Oh, yeah. But don't be fooled. We are much more alike than it seems to be. You're getting warmer. Let's figure out if you can perform the role until the final act. Ach, du Scheiße. Hey, join me. I see you now. What we once were. Do you really think we can do that again? I've been king here a long time. And I'm afraid of what's out there. Almost as much as what's in here. And how would we even escape? Creepy. Okay, what do you want? There is nothing more we can teach you. You must find yourself. First, you must remove the ancient master's mask you're now wearing. This time you will remain here. Don't worry. I stopped changing faces long ago after I'd forgotten. what lay under me. No more riddles. Now, you are free to design. Mix the masks and use the components you have found along your way. This mask must truly represent you. Me? Free yourself. Free us. You're the creator now. Be who you must. Okay. Okay. Zu guter Letzt eine eigene Maske herstellen. Die darf natürlich keine andere Farbe haben als Rot- und Gelb-Töne. Oh, jetzt wird spannend. Ich hab mir da eigentlich keine Gedanken gemacht am Anfang. Nicht gewusst, dass es... Eine Fange aus dem Hoodie-Riversnake. So weit kommen wird. Ja, definitiv. Ne, das nicht. Die Federn. Oh ja. So... So... Save him from his prison of Marthes. Show him the truth. Save him from himself. No, stop. Das nicht. Ja. Genau. Oh, aber wir machen... Die auch. Rot natürlich. Ups. Das ist meine Maske. Die letzte Maske. Ja. Wenn so... Come to Barkley. See the world. We hope to heal. But be careful once you leave the workbench. You can't make any changes. That's fast. Maske must truly represent you. To get you both alone. Finally. You made it. This magic is all you. You have reached behind the mask. You are Prospero. The new mask maker. It took you a long time to find this place deep within. Finish your apprenticeship at last. At last. The apprenticeship is finished. No more haunted voice in your head. Now you have healed the realm. You have given yourself a chance. The chance I never gave you. It is time to close the door on your past. On this world. The realm will survive. Have no fear. Now they finally see you with your true face. You are their ruler no longer. Because each of them is a part of you. In truth. They never needed a king. Only a craftsman. Leave your masters mask behind. You will not need it here anymore. Muss ich die jetzt abziehen? Ah, die habe ich doch gerade so schön gemacht. Yes. Free at last. Let go, Prospero. Let go. Mask maker. Mit. Let go, Prospero. Let go. To his Gesicht. To his Gesicht, his vai. Let go, Prospero. Let go. It is. Welcome home, old friend. The kingdom is at peace And you faced your reflection, made yourself whole. Alles, was du gelernt hast, bleibt hier, in deinem Herzen und in diesem Raum. Aber außerhalb, ist der echte Welt aufwarten. Prospero, öffne deinen Schopf! Wenn du zurück bist, hast du es geschafft! Wir brauchen das! Echt? Jetzt auf einmal? Wieder zurück in die richtige Welt scheinbar. War auch eine lange Zeit hier. Let's go to the party! No one knew why the Maskmaker suddenly returned to the town. His shop restocked with mysterious smells, fabulous dyes, and dazzling designs, both new and old. It was said the Maskmaker's craft could reveal your deepest hopes, whether you wanted it to or not, as though in his life he had studied all the faces of humanity and known them all. But humans find never new ways to change themselves. and his masks mostly allowed people to become what they wish or what they thought they wanted. And all, only for a night, at Carnival time. Maskmaker. Schönes Spiel. Nein, ich tanze trotzdem nicht für euch! Maskmaker. Es ist so ein Ingredienzien, die wir gesucht und gesammelt haben für unsere Masken. Alles in allem ein wunderschönes, farbenfrohes Spiel. Und ja, ich hab's gerne gespielt. Und jetzt ist es Zeit für was anderes. Ich weiß noch nicht was. Aber ich denk, in der Richtung Rätsel, Fantasiefall bleiben wir erst mal. Und dann könnt ihr gespannt sein. Ich hoffe euch hat's gefallen. Ich hoffe es war jetzt nicht zu lang die letzte Folge, dass wir das noch durchgezogen haben. Aber das Ende wollte ich nicht missen. Und ich hoffe ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Euer NRFox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.